Das Design der Aker ist ästhetisch, unaufdringlich und langlebig. Die Form entspricht ihrem Zweck und ist dabei gleichzeitig schön. Genau das macht aus unserer Sicht gutes Design aus. Du wirst deine Aker Kaffeekanne lieben und sie nicht mehr hergeben wollen. Die Aker X-Act Brew ist preiswert. Die einmaligen Anschaffungskosten der Kaffeekanne sind alles. Es gibt keine weiteren Verbrauchsmaterialien, keine weiteren Kosten bis auf den Kaffee selbst. Es ist gar nicht so kompliziert, immer umweltbewusster in unserem täglichen Leben zu handeln. Im Falle der Kaffeezubereitung mit der Aker musst du dafür noch nicht mal mehr Geld ausgeben und du wirst mit leckerem Kaffee belohnt. Mit der Aker kochst du Kaffee, ohne dabei Müll zu produzieren. Den Kaffeesatz kannst du am besten im Kompost entsorgen. Er ist der perfekte Dünger für deine Pflanzen. Let's go green!